Als Vorbereitung auf die jeweiligen Filme schaue ich mir nach Möglichkeiten den jeweiligen Trainer bzw. die jeweilige Vorschau an. Und was sehe ich hier bei der Neuverfilmung von einem für mich stilbildenden Material? Die Insassen sehen aus wie bei Schindlers Liste von Spielberg und der Dialog erinnert mich an das Leben ist schön. Das kann kein gutes Zeichen sein. Die Geschichte von Dakt unter Wölfen aus dem Jahre 2015 von Philipp Kadelbach nach dem Roman von Bruno Apitz ist schnell erzählt. 1945 wird in das KZ Buchenwald ein Kind eingeschmuggelt und der dort organisierte Widerstand ist sich uneins darüber, wie man nun damit verfährt. Das Kind ist keine fünf Minuten im Lager und schon stolpern alle Beteiligten über den kleinen, blinden Passagier. Als nicht zuletzt ein SS-Mitglied der Lagerführung auch noch zufällig vorbeigeschlendert kommt und den blinden Passagier entdeckt und sich dazu bereit erklärt, das Geheimnis für sich zu behalten, ist spätestens hier die Spannung aus. Vorbei, im Arsch, beendet, erledigt, perdu, von uns gegangen, weit nicht mehr unter uns, über alle Berge, hat uns verlassen, den Nader, Grenader, Ente trennte, das war's las, aus die Maus, hat ihre Schuldigkeit getan. Doch damit nicht genug. Der Film zwingt uns auch noch eine Vorgeschichte auf, in dem geschildert wird, wie Hans Pippich mit seinem Vater 1943 in Buchenwald eingeliefert wird und der Vater kurz nach der Ankunft aufgrund der Misshandlung durch die Nationalsozialisten stirbt. Dazu gibt es immer wieder Rückblendungen zu Pippichs Frau oder Freundin, die selbstverständlich schwanger waren. Beides dient dazu, um uns zu zeigen, wie böse doch die Nationalsozialisten waren und wie schlimm es doch war, in einem Arbeitslager zu landen. Das hat aber nichts mit der Geschichte zu tun. Beide Nebengeschichten kann man ohne weiteres herausschneiden und am Verlauf der eigentlichen Handlung ändert sich nichts. Und ich muss nicht noch einmal extra daran erinnert werden, dass die Nationalsozialisten böse waren. Schließlich hat jeder in der westlichen Welt und speziell in Deutschland schon ein, zwei Mal im Unterricht davon gehört, dass diese Personen Schuld daran trugen, dass ein Krieg geführt wurde, bei dem ungefähr 65 Millionen Menschen gestorben sind. Gleichzeitig bietet die Geschichte oft genug Möglichkeit, die Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten zu thematisieren. Und die beiden Nebenstränge um Pippichs Familie hätte man effektiver in die Haupthandlung einflechten können. Dazu jammert permanent nervtöntend die Musik im Hintergrund, um uns daran zu erinnern, wie schrecklich und grausam das doch alles ist. Hier wäre weniger mehr gewesen. Das Bild, wie die schon geschundenen Insassen auf den nächsten Todesmarsch geschickt werden, während die Kapelle Musiden, Musiden zum Städte hinaus spielt, ist eindrücklich genug, da brauche ich kein mahnendes Heunen im Hintergrund. Durch diese überladene Symbolik verliert das eigentliche Kernsymbol der Geschichte das gerettete Kind massiv an Gewicht und es wird tief in die Kiste mit den billigen Klischees gegriffen, um diesem eigentlich aussagekräftigen Bild wieder Bedeutung zu verneinen und belastet dabei die Glaubwürdigkeit der Geschichte. Der Erzähler vertraut hier seiner Geschichte nicht und versucht ihr verzweifelt, so viel Gewicht zu geben, wie nur irgendwie möglich. Doch dadurch, dass er wie ein Studienanfänger wirklich alles im Text markiert, anstatt nur die Schlüsselworte hervorzuheben, wird dieses Machwerk zu einer belanglosen Masse ohne jede Aussage. Doch damit nicht genug. Immer wieder gibt es Einblendungen von Untertiteln und historischem Filmmaterial, das uns daran erinnert, wo wir sind, wann wir sind, wie lange die Amerikaner noch brauchen, bis sie da sind. Jeder neue Ansatz von Spannung wird somit zunichte gemacht und wir werden jedes Mal aus unserer Konzentration gerissen und haben keinen Grund, uns Sorgen zu machen, denn wir werden ja versichert, dass alles gut enden wird. Wenn Pippik am Ende schwer verletzt in den Himmel blickt, liegt die Vermutung, dass er gerettet wird, näher als die, dass er stirbt. Hier wurde sich vergeblich um Realismus bemüht, aber wenn du Realismus haben willst, dann mach eine Dokumentation bzw. lass im Bühnenbild keine Europaletten herumstehen, die erst 1961 eingeführt wurden. Und lass deine Figuren zu Beginn des Films nicht fick dich rufen, was ein eher moderner Begriff ist. Oder baue die Hexe vom Buchenwald ein, die Frau vom Lagerkommandanten, die wegen ihrer versnobbten Art und Weise bei den Insassen fast war. Beziehe dich auf die medizinischen Experimente, die in Buchenwald durchgeführt wurden, oder vergiss die Buchvorlage komplett, dass mehrere Kinder dort vom Widerstand gerettet wurden und Häftlinge vor der SS versteckt wurden, oder zeige, wie die Insassen Anfang 1945 Stück für Stück unkontrollierbarer für die Lagerkommandantur wurde und sich offen und geschlossen Befehlen widersetzt hat. Doch damit nicht genug. Die Schnittfolgen und die Bildsprache sind überall und nirgends. Ich habe keine Zeit, mich auf irgendeine Figur zu konzentrieren. Wenn die bösen Nationalsozialisten im Besprechungszimmer sitzen, dann sehe ich nicht, ob sie besorgt, wütend, enttäuscht oder gelangweilt sind, weil die Kamera unkontrolliert hin- und herhüpft. Natürlich gibt mir der Dialog Hinweise darauf, wie die jeweilige Motivation aussehen könnte, aber ich bin nicht hier, um mir ein Hörbuch zu Gemüte zu führen. Es werden nicht genug eindringliche Bilder gemalt, die im Kopf hängen bleiben. Die Ironie will es, dass das einzig brauchbare Bildmaterial im Prolog zu finden ist, der aber unerheblich für die Handlung ist. Im Zeichentrickklassiker Der Führer's Face haben wir eine Geschichte mit Donald Duck, der vom Albtraum handelt, in einer Nazifabrik unter Hitler zu dienen. Propagandamaterial. Sicher. Aber wenn ich hier die Tonspur entferne, habe ich immer noch eine kohärente Geschichte, die sich selber erklärt. Man könnte hier auch einen Vergleich zu der Soldat James Ryan von Spielberg ziehen, der die verwackelte Kameraoptik salonfähig und massentauglich gemacht hat. Aber ein viel besserer Vergleich ist zu 96 Hours, ein Mittelklassiker-Thriller, der ebenfalls schnelle Schnitte und eine verwackelte Optik verwendet, oder Welcome to the Jungle. Popcorn-Durchschnittswahre, die es aber schafft, trotz ihrer Optik den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Und wenn die Durchschnittswahre des Popcorn-Kinos besser darin ist, einen dramaturgischen Spannungsbogen zu schlagen als du, dann ist das ein Armutszeugnis. Denn wenn ich nur die Bilder ohne Spannung haben will, dann kann ich mir die historischen Bilder ohne weiteres besorgen und darüber sinnieren. Unterm Strich haben wir hier einen belanglosen Brei, der alle seine Möglichkeiten verschenkt, indem er versucht, alle Aussagen auf einmal zu machen und dabei schlussendlich gar keine macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017